So ihr Lieben, wir gehen jetzt zum Gruppen. Süße Anna, kommt die Gurke. Die Anna entdeckt hier vieles. Ich möchte nicht, dass die Gurke drin liegt. Kinder überall hat die Gurke auf dem Boden liegen lassen. Entschuldigt. Dann haben wir hier angeboten im Zweig gefunden. Ingesorten. Dann haben wir hier ganz viel Butter gefunden. Lecker Bounty. Dann haben wir mal andere Fruchtzwerge entdeckt. Ich liebe dieses Weißbrot bei Globus. Dann sind wir hier bei Müsli gelandet. So was hier. Dann haben wir hier neue Oreo-Compf. Also Cereal-Compflex. Dann gibt es bei Globus solche Happydrinks. Erdbeeren und Vanille. Und Schokolade. Dann habe ich hier so schöne Weine gefunden. So cool verpackt. Ja. Carlos Santos 6,9. Und hier so coole Seifen entdeckt. Schaut mal hier, wie schön sie aussehen. Dann habe ich Regelschmerzpflaster entdeckt. Ganz interessant. Zuletzt haben wir hier ein schönes Insektenhäuschen entdeckt. Wir haben hier auch einen Rumtopf. Ja. Ein Rumtopf. So ihr Lieben, ich hoffe das kleine Video hat euch gut gefallen. Das waren so die Sachen, die ganz interessant waren im kurzen Shot. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020